Herr Washington, haben wir so eine Kleiderordnung, so was wir nicht anziehen dürfen? Ja, das auf jeden Fall schon mal nicht. Ist das am Esti erlaubt? Nein. Ja, guck mal, sowas. Das ist schon ein bisschen... Aber das ist ein Türkentuch. So. Aber egal. Das war jetzt gar nicht... Achso, das war nicht böse gemeint, ne? So sagt man das doch. Sagt man das so nicht? Die ohne Leute, finde ich leid schon. Ganz einen dicken Prollkachen. Zwei Millionen schwer und so, ha? Becken ihr wett cool auf den Servern? Was ist das, was sie sagt? Oh, Jürgen. Was ist das? Ich dachte, sie wurde gerade geblitzt. Ich habe gerade an der Bandage gelutscht. Ich habe gerade an der Bandage gelutscht. Ich gehe gleich nach links ab, ich darf jetzt gerade aus, wenn ich bitte weiß. Nee, mir egal. Jetzt einer schnell. In den Schäfter müssen wir rein. In den Schäfter. In den Schäfter können drei rein oder in den Schäfter können zwei rein. Ja, danke. Fuck. Einfach rausgegangen. Einfach rausgegangen. Einfach rausgegangen. Das ist ja so. Können wir einmal haben, okay. Ähm. Ja? Nein. Was hast du vergessen? Ich habe falsch getankt. Oh nein. Ernsthaft jetzt? Ja. Du hast Benzin eine Stromleitung geknüpft? Ich habe es vergessen. Du hast es vergessen? Aus Angewohnheit. Aus Angewohnheit. Aus Angewohnheit. Aus Angewohnheit. Dass alles ausgelaufen ist, weil es gar nicht mehr ist. Ey, Mann. Ich habe so schnell Mechanik an. Vielleicht können die das Ding auspumpen. Also, sauber machen die Leiter. Ich habe echt viel erlebt. Jere? Ja? Wie ist denn jetzt das Hustier eigentlich? Du oder das auf deinem T-Shirt? Ja. 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 Ich habe in dem Moment gecrasht. Digga. Ich habe Instant Karma bekommen. Bro. What the fuck? Ich habe Instant Karma bekommen. Bro. Aber Instant. Keine Millisekunde. Bro. Die haben es gehört. Die haben es gehört. Und dann habe ich Instant. Einen Crash gegönnt. Okay. Ich hole dich. Jo. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Marcin, was aus, wenn ich noch auf dem Weg meine Freundin abhole? Äh, können Sie ruhig. Ja. Die will auch zur Verwahrstelle. Warum nicht gleich zwei Fliegen mit einer Knappe schlagen? Ja. Die ist Mitarbeiterin deswegen. Aber alles gut. Ist auch hier auf dem Weg. Ja, dann passt das ja. Ja. Aber die stinken ein bisschen. Hab ich kein Problem. Du bist ja in deinem Telefon. Light it up. Wer der Tal wurde gerückt. Was? Ach, der war das? Der ist das, ja. Okay. Also angeblich hat das aber nicht. Ja, uh. Ja, uh. Ähm. Ja, uh. Ja, uh. Ja, uh. Ja, uh. Was war das denn jetzt gerade? Du warst auch im Wunsch. Ganz kurz schwindelig. Ja, uh. Ja, uh. Deswegen, uh. Uh, uh. Ui, 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 ui. Hä? Was denn? Hast du was gehört? Hä? Äh. Ähm. Äh. 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 Ja, hier ist doch nichts los. Kleinen Moment. Gehen Sie mal. Ja. Gucken wir mal. Lass uns den Scheiß-Film drehen, Alter. Das ist doch der Knaller. Geig wirst du. Und dann sagst du, nein, nein, das ist mir so, warum hast du denn so'n großen Pimmel? Warum hast du denn so'n großes Arschloch? Ist das gut? Den drehen wir, Alter. Warum hast du denn so'n große Euter? Fucking the Red Hood, Alter. Das ist geil, Alter. Fucking the Red Hood. Das ist gut, ey. Verantwortungsbewusstsein. Jetzt drück' mich nicht auf'n Bauch. Ähm. Schau an, warum drückst du mich auf'n Bauch? Ähm. Du halte Dreckstau, Alter. Was soll das? Ähm. Ja, okay. Ich hatte Anlauf, deswegen. Also, ich hab' nur im Anlauf halb so'n Fest zu bauen, ne? Okay, ich versteh. Hm. Aber sie können besser schlagen als ihr Taser. Das ist schon mal gut. Oh, scheiße. Ja, okay. Sie haben die Aussage, damit wir nur ein bisschen unterstehen, oder? Würde ich sagen. Ich dachte, das Ding ist kaputt. Ich bin... Was? Ich bin Sparta! Wechsel. Hab ich. Nein, fuck, 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 fuck. Hab ich kurz anhalten? Anhalten, anhalten, anhalten. Ich beschlagnahm grad. GTS, haltet sich im Ausbild. Halt an! Halt an! Mach, 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 mach. Mach, mach. Mach sie weg. Ach, mach, mach. Ich muss den Punkt wechseln. Was machst du denn, du? Ich muss den Punkt wechseln. Ich muss den Punkt wechseln. Ich muss den Punkt wechseln. Mal von der Straße runter. Ach, Mensch, Dicker. Ach, Mann. Das haben wir. Mach' ein Zivilisten auf dem All-Time-Way Richtung Stadt auswärts. Aho kinda ... Ach du Scheiße, ich kann nicht bremsen ... Ich kann nicht bremsen. Ich kann nicht bremsen. Was ist denn ... Weraus! Ich kann nicht bremsen. Feuer ich kann ... Ist dir überhaupt Afgas? Ich kann nicht bremsen. Ich kann nicht! Ich kann nicht bremsen. Ich kann nicht bremsen. hoch 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 Ich muss raus Ich muss raus und wir sehen uns bald wieder Ja ich freu mich GUT VOLHNACHT MANN Kommt mir wieso bist du so schlau Warum gehst du Rassi Navi weil das Wunsch von jedem Kind Ja wir nehmen mal einen raus Schneeregen ne? Oh es lichtet sich OHHHHH OHHHHH Das ist nicht sein Ernst Das ist doch nicht sein Ernst Ich bin doch schon extra rechts ran gefahren Alter Das ist immer sehr knapp OHHHHH OHHHH Das lieber vorne sitzt Ich sitz vorne genau Sag mal die gehst du mit der alten Frau um HA 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 SAU BUUR HA HA Du sassig Da liegst du du Lutscher Sag mal Das gibt's ja gar nicht Halt Halt Das machst du nicht nochmal mit mir du Sag gern Wie geht's Kboi Das sch 2002 0 2 Sagen Dürfen 2 3 1